Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Metal Gear Solid The Phantom Pain. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, wo dieser Konvoi zu finden ist. Und haben dann langsam auf den Weg gemacht, war jetzt aber doch relativ viel. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir das in einer eigenen Folge machen. Man muss es ja nicht übertreiben. Ja, hurry, ich gebe ihm gleich, hurry. Da waren zwei Panzer und alles dabei, das war jetzt schon ziemlich heftig. Ich kann ja nicht einfach reinplatzen. Okay, okay. 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 Das war natürlich eine Pläne, die Wirt war. Sicherität und find die indringer, aus! Das ist Siepje! Lass die Kork vor dir durch! Haka hat uns geschakelt. Die Botschaft ist ... Wir haben eine gesamtliche Verhütung mit Zero-Risiko-Securität in diese Sache. Die Verteilung hat ein Gebiet, und die Geduld wird nicht. Die Verteilung wird nicht Geduld wird nicht. Das war Haka auf dem Feld. Wir haben keine Anerkäuser. Du hast ihn zu entfernen. Anerkäuser Anerkäuser Wie Aqua Schiffer Her? Oh 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 The target is past the guard post to the west of Kazeba camp. It's going to be out of the mission area soon. Please boss hurry Yo Oh I don't know if I'm going to do this as I expected. It's probably the most important thing. I'm going to run and run and run. Oh 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 Da hab ich halt den Riesenfehler gemacht am Anfang. Ich hätte das einfach nicht so machen. So, da wurde es zur Stadt gekommen. Naja, was viel an Lernter. Es war noch kein Massaker. Und das wäre eigentlich typischer für mich. Und das wird zumindest noch nicht. Das war's für mich. Bei mir geht's. According to the escort plan, you found this is the convoys final destination. Plan to transport the cargo by a river. Once the cargo is on the water, it will be out of your reach. Take care of that truck before it arrives. Das ist jetzt. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ja, ich glaube, ich habe es verkackt. Schauen wir mal, wo der Kontrollpunkt ist. Passt. Passt. Da, da kommen wir jetzt vorbei. Und diesmal weiß ich, wie ich es mache. Schauen wir mal, 10 Minuten habe ich ca. noch. Bevor ich dann grob mich anziehen muss und weg muss. Also anziehen, ich habe was an. Keine Sorge, Leute. Der Begriff ist in der Kazeba Camp. Wir haben noch viel Zeit. Hurry. Du hast sie schon gemacht. Wo? 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 Oh! 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 Oh nein, fatter der scheiß Buß, jetzt weiter! Das kann doch nicht die erste sein! Oh! Oh! Oh, woher ich den zerlegen? Ah! Oh! Ja! Ich frage mich, wenn ich jetzt schieße? Ja! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Servus und Baba!